Hallo meine sehr geehrten Freunde, ich bin's dir, der RabbitLP. Ich melde mich zurück aus unserem ehemaligen Projekt, wo wir vor ein paar Monaten aufgehört haben. Ich möchte mich entschuldigen für die unakzeptable Lage meines PCs. Ich melde mich wieder zurück, wie ihr seht, ich bin tiefere Stimme. Es ist doch extrem lange her, wo ich zuletzt gemacht habe. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe sozusagen Neues gemacht in unserem Haus. Wie ihr seht, ich habe hier gegraben und so alles und neue Sachen hingestellt. Sorry Leute, ich konnte einfach nicht widerstehen aufzuhören zu bauen, weil ich halt sozusagen... Naja, weil ich halt... keine Ahnung, ich konnte einfach nicht widerstehen weiterzubauen und ich wollte es halt nicht aufnehmen. Doch, jetzt habe ich mich wieder entschieden, dafür das aufzunehmen. Auch mein PC war in einer miesen Lage, da konnte ich gar nicht aufnehmen. Doch, jetzt ist wieder die Zeit gekommen, wo ich aufnehme. Na gut, jetzt hören wir mal auf zu plabbern. Genießen wieder mal die Zeit, wo der liebe alte Rabbit dabei, also wieder am Zocken ist. Ich habe halt einen Skin von Troll, Troll, irgendwas Typ. Ja, habe ich mir von einem anderen YouTuber angeschaut. Ja, egal, ich gehe jetzt erstmal auf die Suche nach Eisen. Ich nehme hierzu erstmal eine Spitzhacke. Und weißt du nicht, was das ist, aber egal. Ja, jedenfalls wir graben uns hier erstmal runter, würde ich sagen. Schaufel habe ich zufällig nicht. Oh ja. Aber ich nehme lieber nicht die Eisenschaufel, sonst verschwend ich das vielleicht. Ja, weiß. So. So. So, wir können uns weiter in die Tiefe runter. Ich bin gespannt, was da jetzt noch auf uns erwartet, sozusagen. Oder was uns dort erwartet, was wir immer. Gucken wir mal. So geht das so? Ja. Ah, es wird jetzt so dunkel, aber... Da kann man nichts gegen tun, würde ich sagen. Das ist eben... Ja, Leute, ich packe mir noch ein paar Fackeln ein. Das geht hier nicht, ey. Das kann ich nicht machen. So. Ich habe keine Fackeln. Ach, nicht mein Ernst, oder? Doch. Alter, so. Noch kurz mal craften. Ich bin... Ach, ich brauche jetzt mal die Sticks. Ach, Sticks sage ich eh. Ey. Ich bin ein bisschen eingerostet, wie ihr bemerkt. Das kommt eben von diesem ewig lang nicht zocken. Wir sehen, da habe ich mir Schäle reingehaut, weil es einfach viel... Also es sieht einfach wunderschön aus. Das lohnt sich so richtig. Damit ich meinen Freunden meiner Community, die jetzt im Moment aus 28 Leuten besteht... Oh, Eisen. Mann, ich habe ein Glück heute. Mann. Perfekt hier. Das läuft ja. So habe ich mir das vorgestellt. Noch ein bisschen Eisen, Junge. Da läuft es. Schauen Sie sich nach oben... Ne, jetzt aufgehört. Na, gehen wir mal weiter. Ich will nämlich jetzt mal eine Eisenrüstung machen. Da kann ich nämlich wieder weiterhin auf die Jagd gehen. Weil das war letztens sehr gefährlich, muss ich sagen. Muss ich sagen. Bin schon leise. So. Gucken wir mal weiter hier unten. Vielleicht gibt es hier noch etwas Spannendes oder so. Ich grabe jetzt erstmal ein bisschen weiter hier. So. Ja. Nicht sehr spannend, aber... Kann man nichts dagegen tun, nicht? Kann man nichts dagegen tun. So. So. Ich hasse diese creepy Geräusche. Ich hasse sie. Ey, hier unten läuft gar nichts. So. Ey, hier unten läuft gar nichts. Ah, ich habe eine Spinne. Ich habe eine Spinne. Hierbei könnte noch etwas... passieren. Wie süß hier Erde. Das ist ja creepy. Die Spinne... Das Spinnengeräusch kann anfangen. Graben wir uns da mal rein. Habt ihr das auch gehört? Ja. Zombie. Das ist ja wie... Oh, fuck. Bende Spitzke. Nein. Ach. Ich bin jetzt wieder zuvor... den ganzen MTV hinaufzugehen. Leute. Ich mache mir den Rest nicht mal direkt hier. Oh, ich mach noch ein Stückchen. So. Jetzt mach ich mal die Spitzhacke mal wieder, so, so, so und es geht weiter. Technischer Fortschritt, das klingt gut. Jetzt kommt das Spinnengeräusch wieder von einer Spur weiter oben. Warte, erstmal ein Schwert bereithalten, bevor mir noch irgendetwas zustößt. Das scheint ober mir zu sein. Wow! 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 Alter, was war das? Fuck! Wow, Junge! Wow! Wow! Alter! Wieso hab ich mich jetzt so erschreckt? Wieso... Ach! Ich versteh mich selbst nicht. Das ist... Ey! Passt zu! Ja, packen wir alles da rein, so, so, so. Machen wir mal ne wunderschöne Kiste aus wunderbarem Fichtenholz. So, aus Sicherheitsgründen, wenn mir irgendetwas zustößt, gebe ich jetzt... Geht das schon? Ne. Gebe ich jetzt alle wichtigen Sachen, die ich jetzt nicht gebrauchen könnte, hier rein. Ne, Farkeln, das kann ich brauchen, das nicht. Oh ja, ich schau mal runter. Oh ja, zum... Bauen. So! Angriff! Angriff! Wo ist der hin? Hä? Die Sicherheit, dass da niemand mich nicht darunter... Wetzen kann... Ich glaube, ich... Kohle, ok. Ich glaube, es ist plötzlich sicher. Oh, feil. Fuck, 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 fuck. Yay. Töde ist das Ding. Sieht so aus, als wäre die sowas in der Art wie infiziert. Ich glaube, keine Spinner in meinem ganzen Minecraft-Leben. Habe ich so gesehen. Ey, noch nie. Wow, fuck. Nope, ich verzichte auf euch. Kohle. Kohle kann immer gebrächtig sein, bringt nur XP und ja. Ist cool. Aber die sieht so aus, als wäre diese Spinner infiziert. Das ist total gruselig. Ich mag das gar nicht. Das kommt mir echt creepy vor, meine Freunde. Das kommt echt creepy. Naja, kack mir mal auf das... Verdammt. Da sind so viele Bieste da unten. Ich will da gar nicht mal dran denken, hinzugehen. Oh. Oh. Wow, 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 wow. Junge. Alter. Mann. Ach. Schwe... Scheiße, Mann. Alter, mein Herz klopft. Wie? Ich... Ich hab' nicht mehr aus. Leute, ich geh jetzt rauf hier. Ich hab' keinen Bock. Was kurz ins Bett. Alter, was hier abgeht. Junge. Mann. Ähm. Ich brenne erst mal das Eisen und so. Ich nehm' mal wieder alles mit. Und geb's oben in meiner Hauptkiste. Wobei, ich könnte ja sogar die Kiste hier mitnehmen. Oh mein Gott. Was? Was war das gerade? So. Weiter geht's. Oh. Oh. So. Nö, 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 nö. weiter geht's hinauf im österreichischen Dialekt ach, vergessen wir es hinein das Zeug und gleich mal die größere Kiste dazu bauen jetzt brauchen wir ein bisschen Kohle und Eisen ja was ist das für ein schwuler Turm ich glaube das sollte mal reichen und währenddessen können wir uns auf die Jagd machen Schaufel bisschen Stein könnte auch nicht schaden ein Steak gegen den Hunger genau was zu essen bräuchte ich auch also ich gehe mal nach draußen aber es ist nacht ich hab noch gar kein Bett ich hab noch gar kein Bett wo ist mein Bett halt dann alles habe ich gedacht außer dem Bett ich bin so blöd ey ey was was okay Leute ich muss den Tag die Nacht abwarten ach ne man lass mich doch in Frieden ne ne gut alter ist die Folge creepy wie ne ich denn schon auch Freunde ähh Na gut, Leute, dann mach ich mal kurz einen Stopp, wir werden uns bald wiedersehen, Leute, im nächsten Teil, und das war's. Ja, blöd, blöd Stopp jetzt, auf jeden Fall. Gut, bei Leute, wir werden uns wiedersehen in diesem, meinen nächsten Projekt, ich würde natürlich ein bisschen starten, ich nehme wahrscheinlich mal wieder Freunde drauf, na, wir sehen, okay, Leute, ciao.